Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin momentan bei 66.800 US-Dollar und ich bin wieder back im Game. Jetzt gibt es wieder regelmäßig Videos. Ich habe es diese Woche schon in der Gruppe angekündigt, war zuletzt etwas stressig gewesen. Und jetzt geht es aber wieder los und ich versuche auch diese Woche noch das Altcoin-Update-Video möglicherweise zu schaffen. Aber ich kann es auch nicht ganz versprechen, aber ich habe es auf jeden Fall in meiner Liste. Kommt diese Woche alles und nach und nach werden auch Altcoin-Münsche auf jeden Fall in einem großen Video dann abgearbeitet. So, was hat sich bei Bitcoin getan? Nicht wirklich viel, nachdem wir hier unsere Zone von letzter Woche mal getestet haben. Unsere Range, unsere große Range, das sind diese gelben Zonen hier, das ist unsere Range. Seitdem nur ein Bounce gewesen und etwas ruhigere Stimmung. Das werden wir uns auf jeden Fall in unserem heutigen Update-Video mal ein bisschen genauer angucken. Wir werden auf jeden Fall auch auf Ethereum, auf die Stockmärkte, Forex und natürlich auch auf den Goldmarkt schauen. Bevor wir hier durchstarten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale. Kommt da gerne rein, den Link dazu findet ihr kostenlos, wie immer unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr noch eine Börse sucht zum Traden, kann ich euch nur meine Partnerbörse Bingings empfehlen. Dort gibt es momentan wieder ordentlich Boni abzugreifen. Wenn ihr euch da registriert, ihr braucht kein KYC oder Sonstiges, könnt aber dort Krypto, Forex und alles andere natürlich auch traden. Und auch Aktien mittlerweile. Also meldet euch da gerne an, den Link dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei 66.800 US-Dollar. Wenig Veränderung im Gegensatz zu letzter Woche, weil wie gesagt übergeordnet befinden wir uns weiterhin in dieser Akkumulationsrange zwischen 60.000 und knapp 72.000 US-Dollar. Kurzfristig, seht ihr hier selber auf dem 4-Stunden-Timeframe, bilden wir so eine Art Rising Reg mit möglicherweise zwei Fake-Outs schon auf dem 4-Stunden-Timeframe. Wir befinden uns in dieser größeren einerseits 1-Stunden-Supply, aber auch andererseits hier oben noch die 4-Stunden-Supply-Widerstandszone plus das Golden Pocket. Direkt darüber ist die Ineffizienz. Und ihr seht hier oben schon so die Andeutung eines leichten, ja möglicherweise Trades, was ich so ein bisschen geplant habe. Warum nicht im Golden Pocket? Weil, wie gesagt, die Ineffizienz mich hier drüben etwas stört und es hier vom Volumentechnischen sehr, sehr viel Abzugungen gibt. Das heißt, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir hier möglicherweise ein Fake-Out nach oben hinkriegen in Richtung 70.000 US-Dollar, um, sage ich mal hier, die ganzen Golden Pocket shorter, weil sich hier doch schon langsam ein bisschen was aufstaut, nach oben hin zu racken. Und dann möglicherweise erst einen Abverkauf nochmal nach unten hin in Richtung 60.000 US-Dollar zu bekommen oder sogar tiefer. Weil letzte Woche, wer sich daran erinnern kann, wir sind nur in Richtung 59.500 US-Dollar gekommen. Mein Plan war ja eigentlich hier in Richtung 58.900 bis knapp 57.700 US-Dollar, weil wir hier einerseits natürlich diesen großen Wig hatten. Wir haben hier drüben die Ineffizienz. Wir haben hier eine Menge Liquidität. Huch, ihr seht das gar nicht richtig. Hier soll eine Menge Liquidität liegen und diesen Bereich wollte ich mir eigentlich gerne abholen. Das wäre auch unsere Long-Position gewesen. Da sind wir aber nicht hingekommen. Wir haben hier nur den ersten RIG gefüllt, also hier den und dann nochmal einen zweiten hinterlassen auf dem 4-Stunden-Timeframe, der meines Erachtens relativ groß ist. Mittlerweile RSI steigt gut, wie gesagt, das Rising Red. Wir haben das Golden Pocket vor der Nase plus die 4-Stunden-Supply-Zone. Also sehr, sehr viele Widerstände. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass wir hier eben nochmal dieses Fake-Out sogar in Richtung 07, 8, 6, Fibonacci-Retracement-Level sehen. Wenn wir uns die Funding-Rates angucken, die sind eigentlich relativ human, beziehungsweise teilweise sogar minus, also absolut ausgeglichen. Keine, ja, zu viele shorter, zu viele longer. Also der Markt ist komplett ausgeglichen. Auch wenn wir uns das Open Interest angucken, ist es absolut normal, beziehungsweise sehen wir jetzt keine hier riesengroßen Absprünge nach oben hin oder nach unten hin. Das heißt, der Markt ist absolut gesättigt. Und das würde dann eher schon wieder dafür sprechen, meiner Meinung nach, dass wir uns sogar wirklich hier in Richtung 07, 8, 6 dahin bewegen. Und dann wäre das hier oben jetzt erst einmal so grob das Setup. Da werden wir aber wahrscheinlich heute im Laufe des Tages noch nicht hinkommen, außer, und da muss ich jetzt mal ganz kurz auf die News eingehen, die heute dann möglicherweise noch kommen. Mal gucken, so Mittwoch ist Auftragseingang in den USA. Wir haben langlebige Güter, Kernrate, Verteidigung und sowas. Also heute ist es noch relativ ruhig. Morgen ist aber dann der viel, viel wichtigere Tag, wenn ihr euch das mal ganz kurz anguckt. BIP, Folgeanträge, Erstanträge, PCA, Kernrate, Preisindex. Also morgen kommt sehr, sehr viele News auf uns zu. Das heißt also für uns, es kann möglicherweise heute sogar noch ein bisschen weiter seitwärts reingehen. Das könnte dann eher positiv sein, dass sich unser Rising Wedge dann hier möglicherweise erst einmal auflöst. Oder wir kriegen heute schon diesen Fake Move und morgen dann eben die News, um dann eben weiter abzuverkaufen. Ich werde hier auf jeden Fall im Golden Pocket erst einmal nicht short gehen. Steht nicht auf der Agenda. Für mich frühestens hier oben das 0,786er. Gehen wir rüber zu Ethereum. Auch hier hat sich eigentlich nicht wirklich viel getan. Wir sind übergeordnet, wenn ihr euch das anguckt, weiterhin in unserer Downtrendphase. Das heißt, wir haben hier die Oberpunkte zweimal getestet, nach unten hin bereits dreimal getestet. Sehen dann hier, dass auf Daily Sicht, das ist jetzt Daily Chart Support, unser Support hier unten bei 3.000 US-Dollar, erst einmal gehalten hat. Sehr, sehr wichtig. Und nun haben wir eben auch hier den ersten kleinen Widerstand vor uns. Das heißt hier diese Marke zwischen 3.307 bis knapp, wenn ich jetzt hier mal die Zone so reinziehe, bis 3.250. Da befinden wir uns derzeit schon drin. Und ähnelt jetzt mittlerweile ein bisschen mehr der Struktur von BTC, nachdem wir hier in den letzten Tagen etwas nachgezogen haben. Natürlich auch hier die ersten Ansätze eines möglichen Rising Wedge. Nur auch hier haben wir eben, beziehungsweise eher sogar Abtrendkanal für das Rising Wedge. Es ist nicht zu spitz laufend. Aber trotzdem, auch hier haben wir eben die Ineffizienz. Plus wir könnten nach oben hin nochmal unseren Downtrendkanal testen. Auch das wäre für mich möglicherweise eine Short-Option. Hier jetzt gerade in diesem Bereich überhaupt nicht. Wegen eben dieser Ineffizienz. Ihr seht, was hier noch ordentlich am Volumen liegt. Aber dann hier oben die 4 Stunden Supply plus eben die Oberkante dieses Downtrends. Das würde meiner Meinung nach mehr Sinn geben, als jetzt hier schon reinzuschorten. Ansonsten Altcoin-Markt generell tut sich relativ wenig. Alle Altcoins erholen sich natürlich ein bisschen. Wir hatten gestern H-Bar, was ordentlich gestiegen ist, was natürlich auch mit den BlackRock-News und sowas zu tun hat. Warten wir einfach ab. Für mich Altcoins weiterhin eher tabu oder nur noch einzelne Spotkäufe. Gehen wir rüber zu Gold. Was hat sich da getan? Hier hat sich leider nichts mehr wirklich getan. Also wir hatten unsere Short-Idee, die hier oben bei 2400 US-Dollar war. Es wurde eigentlich perfekt abgeholt. Hier oben war diese 4 Stunden Supply. Wer sich noch ans Video von letzter Woche erinnern kann, ich weiß gar nicht mal welcher Tag es war. Aber seitdem ist es ordentlich nach unten hin abgerauscht. Also wer da Short reingegangen ist, auf jeden Fall Stop-Loss-Entry beziehungsweise auch mal 50% rausnehmen. Ansonsten auch wichtig, wir haben jetzt hier die allgemeine Struktur gebrochen. Das heißt, wir haben jetzt hier erstmal ein tieferes Tief gebildet. Heißt für uns grundsätzlich, wer nochmal einen Short-Einstieg möchte oder nochmal hier möglicherweise rein möchte, würde ich dann eher empfehlen, hier in Richtung Golden Pocket zu schielen. Das heißt, hier der Bereich zwischen 2370 US-Dollar reinzugehen, wo auch der Pivot R2 liegt, würde momentan mehr Sinn ergeben. Einfach nochmal das Golden Pocket, das heißt nochmal ein bearischer Retest in diesem Bereich eben rein und dann möglicherweise der nächste größere Abverkauf hier in die Zone von 2220 US-Dollar. Aber dieses tiefere Tiefe ziehen nach dieser Aufwärtsbewegung erstmal wichtig gewesen. Erholung ist jetzt nochmal drin, sollten die ganzen Aktienmärkte auch jetzt nochmal ein bisschen seitwärts laufen. Ich glaube Tesla hat heute oder bringt heute Zahlen raus, weiß ich gar nicht, habe ich noch gar nichts gesehen. Müsste ich mich auch mal noch schlau machen. Die Zahlen auf jeden Fall, beziehungsweise was ich hier am Rand sehe, alles normal. Aber könnte natürlich auch dazu führen, sollte die Berichtssaison, die jetzt gerade hier ein bisschen losgeht, beziehungsweise die Quartalszahlen, die jetzt gerade hier gemeldet werden, absolut negativ sein. Kann es auch gut möglich sein, dass wir bei Gold da nochmal einen Schuss nach oben hinkriegen. Würde zumindest jetzt hier passen, dass wir hier nochmal in Richtung 2370 bis 2390 US-Dollar hochbrechen. Also auch hier Short, ja, der gerade läuft. Ansonsten nächste Chance wäre dann dieser Bereich. Gehen wir rüber zum Euro gegenüber dem US-Dollar. Was hat sich da getan? Wir haben immer noch nicht unsere Long-Position abgeholt bekommen, was mich ein bisschen ankotzt. Also auch hier hat sich im Gegensatz zu letzter Woche eigentlich nichts mehr getan. Wir kommen jetzt hier in den ersten leichten Widerstandsbereich, den wir jetzt hier schon leicht angetestet haben. Also ich hoffe weiterhin, dass wir hier unten natürlich auch diese Ineffizienz hier unten füllen, plus diesen starken Support bei 1,058 Euro weiterhin holen. Vorher werde ich hier nicht in eine Long-Position reingehen. 75 Prozent, beziehungsweise viele haben ja auch schon die Position Short zugemacht. Deswegen würde ich jetzt erst einmal warten, wie wir dann hier unten eben reagieren. Also auch hier hat sich im Endeffekt die letzten Tage 0, nichts getan. Ich warte weiterhin hier unten auf die 1,058 Euro, beziehungsweise hier auf diese gelbe Linie. Das sind genau 1,059 Euro. Also ein bisschen vorher würde ich da schon reingehen. Ansonsten könnte es dann nämlich auch gut hier möglich sein, dass wir hier einen schönen doppelten Boden kriegen, der uns dann zumindest mal ins Golden Pocket oder sogar bis hier hoch 1,085 Euro reinbringt. Also dieser Trade, auf den warte ich immer noch, weil der echt eine sehr, sehr gute Möglichkeit hat, hier wirklich steil zu gehen. Also auch vom Risk-Reward passt es eigentlich auch sehr, sehr gut. So, ansonsten, also hier hat sich auch relativ wenig getan. Gehen wir noch zu den US-Börsen rüber. Hier hatte ich auch nochmal so die Idee gehabt, okay, doppelter Boden hier vielleicht bei 4.900 Punkten rein zu bekommen, beim S&P 500 kriegen wir nicht. Ganz im Gegenteil, wir kriegen hier jetzt erst einmal eine starke Erholung. Das heißt, wir müssen das FIP-Level hier nochmal minimal anpassen. Chance ist dann hier oben eigentlich perfekt jetzt, das Golden Pocket, wo es liegt. Das Golden Pocket liegt perfekt hier oben in der 4-Stunden-Supply-Zone bei 5.150 Punkten wäre so eine Möglichkeit einerseits, weil wir hier oben, wie gesagt, Golden Pocket plus 4-Stunden-Supply-Zone haben, dass wir hier dann Rückstand rein, beziehungsweise Rücksetzer reinkriegen, plus der ehemalige Downtrend-Kanal würde dann hier oben nämlich auch liegen in diesem Bereich. Also das ist für mich sehr, sehr markante Short-Zone in diesem Bereich. Ich kann das auch mal rot einfärben, damit wir hier mal ein bisschen genauer Bescheid wissen. Also das ist Short-Zone. Sollte im Endeffekt ein paar Quartalzahlen absolut beschissen sein, plus die ganzen News, die jetzt eben heute, morgen und auch am Freitag dann wirklich auf uns zukommen, wirklich so werden. Solange ist jetzt erstmal noch ein bisschen Erholungsphase hier angesagt. Schade, dass wir hier nicht mehr runtergekommen wären. Das wäre ein geiler Doppel der Boden gewesen. Aber gut, man kann nicht alles haben. Ansonsten, Nasdaq, Dow Jones, halte ich mich erstmal ein bisschen fern. Und wie gesagt, die restlichen müssen wir dann erstmal die nächsten ein, zwei Tage ein bisschen abwarten. Aber das hier oben ist für mich absolute Short-Zone erst einmal. Jetzt gucke ich nochmal ganz kurz Tesla. Haben die doch ihre Zahlen geliefert? Dann waren sie anscheinend doch nicht so beschissen. Aber da warte ich auch noch hier unten auf 110 bis 105 für Nachkäufe. Falls euch das interessiert, Aktien oder so, schreibt es einfach unten rein mal mit Aktien. Dann kann ich auch mal ab und zu wieder ein bisschen Aktien-Content reinbringen. Ansonsten war es das von meiner Seite. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und dann war es das von meiner Seite. Ich wünsche euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Podcast haben wir gestern wieder endlich aufgenommen. Also auch da geht es am Freitag wieder rein. Es kommt langsam alles wieder seinen Rhythmus. So, das waren meine Abschlussworte, Telegram-Gruppe. Und das war es von mir. Ich wünsche euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Bis dahin, ciao, ciao. Und wie immer, stay good.